Ich bin wieder euer Witzpar8380 Wenn ihr Silvester und Weihnachten überlebt habt, das möchte ich mal gerne wissen. Ihr könnt mir hier drunter ein Comic schreiben. Oder wie gesagt, ihr schreibt mir jetzt einfach per YouTube-Mail rüber. Also beziehungsweise so privat. Oder in Knuddles könnt ihr mir auch schreiben. Ich lese es dann eventuell in der nächsten Sendung vor, wenn ihr es wollt oder möchtet. Ihr könnt es natürlich drunter schreiben, ne? Ja, auf jeden Fall viel Spaß mit dieses geiles Special. Hallo, ich singe jetzt Last Christmas auf Deutsch. Viel Spaß. Letzte Weihnacht gab ich dir mein Herz. Doch am nächsten Tag hast du es verschenkt. Dieses Jahr, um mich vor Tränen zu wahren, bekommt es jemand Besonderes. Als der Weihnacht gab ich dir mein Herz. Doch am nächsten Tag hast du es verschenkt. Dieses Jahr, um mich vor Tränen zu wahren. Oh. 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 Das war's. Oh. Guck mal, wir werden halt zum Schloss. Wir haben eh nichts mehr zu zeigen. Leider sind zwei, Olli. Das sieht jetzt wieder an. Glaube ich nicht. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Der wird glaube ich nicht. Der hat ja noch nicht mehr Zinsen. Ja, die Zinsen ist wahrscheinlich zu alt. Juhu! Blattentfernung! Das ist gut. Ich brauche Feuer. Jetzt knallt er sich richtig auf. Räucherwaffe. Ballerbumpen. Was ist das denn? Ja, jetzt musst du die Decke lassen. Das ist gut. So, jetzt kannst du das selber rauskippen, dann weißt du, was da drin ist. Das war's. Nee. Nee. Hat er getroffen, ne? Ja. Oh. So ist dein Blut. Einmal zwei in den Bult rein. Nimm so noch ein bisschen, dann weiß es wieder.